Möchte jemand duschen? Torsten! Du bist nicht angeschlossen ans Wassersystem! Und du bist einfach nur ein Banner mit der Sanitäraufschrift! Duschen? Irgendjemand? Immerhin ist mein Sinn, hier Leuten zu zeigen, wo sie Zeug fürs Bad finden können! Dein Sinn ist es, einfach nur herumzustehen und nie verkauft zu werden! Na klar, werd ich verkauft! Mich gibt's doch bei Obi! Und bei Obi kaufen Menschen auch duschen! Ja, aber du bist nur ein Aussteller, Torsten! Möchte jemand duschen? Irgendjemand? Torsten! Du bist ne Superdusche und Menschen würden's ganz toll finden, dich zu haben! Aber hör bitte auf, Leuten zu erzählen, man könnte uns die auch wirklich benutzen!